mir hat hier jemand eine frage zu meiner dpdr gestellt auf die ich mal kurz eingehen möchte erst mal vielen dank für deine wunderbaren videos ist ja gern natürlich ja mache ich gern macht spaß was hältst du von yoga gegen dpdr und hattest du auch probleme beim film beziehungsweise videos schauen während dieser zeit bei mir ist es so bei mir ist es zum beispiel bei deinen videos so ich kann dir gut folgen aber immer ein wenig merkwürdig als ob irgendwas nicht stimmt um die erste frage gleich mal zu beantworten ich halte generell nichts von dingen die ich gegen dieses gegen diese sache mache ja solange ich etwas gegen diese sache machen will oder wollte denn ich war auch in dieser phase wo ich gedacht habe okay ich muss was dagegen tun um das loszuwerden solange ich etwas dagegen machen wollte war ich ja weiterhin in diesem konfrontations modus es war was es war wie ein feind für mich es war was schlimmes für mich was ich weg haben möchte es hat mich in sorge in in ängste gebracht es hat diesen kreislauf aus angst und symptomen befeuert ja also es hat sich quasi durch meine art und weise damit umzugehen nämlich es weg haben zu wollen und unbedingt etwas dagegen machen zu wollen dadurch habe ich das noch mehr befeuert dass es quasi überhaupt nicht weggegangen ist und deswegen ist mir irgendwann bewusst geworden dass das nicht funktionieren wird und deswegen bin ich auch bei diesen bei diesen fragen was hast du dagegen gemacht die beantworte ich auch gerne mit ich habe aufgehört etwas dagegen zu machen ja es geht ging für mich am ende letztendlich darum dass ich es akzeptiere wie es ist und dadurch ruhig und unängst unängstlich gibt es das wort unangst frei und entspannt zu sein ja dass ich quasi mir keine sorgen und gedanken mehr deswegen mache dass ich nicht negativ damit umgehe und es unbedingt weg haben will damit ich aus diesem kampf oder fluchtreflex rauskomme ja aus dieser anspannungssituation aus diesem ich will dagegen ankommen weil wenn ich dagegen ankommen will dann bin ich in aufruhr dann bin ich in alarmbereitschaft dann bin ich in sorge habe ängste bin quasi in einer bedrohlichen situation die ich mir damit selbst einrede ich sage in anführungszeichen extra einrede weil das wort nicht unbedingt so passend ist aber ich befeuere das damit sozusagen noch ja und deswegen ist mir irgendwann klar geworden dass es nicht darum geht dass ich dagegen etwas mache sondern dass ich lieber für mich etwas mache um mich besser zu fühlen damit dass ich meine sichtweise meine denkweise was dieses thema betrifft ändere um die sache anders zu betrachten um sie ich soll mich will mich jetzt nicht unbedingt darüber freuen auch wenn ich dann gesagt habe okay es ist für mich ein gutes anzeichen und ich freue mich dass mein körper mir dieses signal gibt statt dass ich einfach umfalle und das war's ja und somit ich die möglichkeit habe ja zu analysieren was ist denn mit mir los warum bin ich denn in diesem zustand wie was kann ich denn tun um damit es mir besser geht ja aber ich habe aufgehört etwas dagegen machen zu wollen weil das hat nicht funktioniert und das ist auch so ein missverständnis bei vielen dingen hier hier fragst du r 200 c nein ich weiß nicht wie ich es ausspreche vielleicht ich habe keine ahnung ich habe keine ahnung du fragst hier zum beispiel nach was hältst du von yoga gegen die dp dr ich halte nichts von yoga dagegen ich halte aber etwas dafür wenn jemandem yoga generell gut tut und er sich dadurch ausgeglichen und wohlfühlt dann halte ich sehr viel davon wenn derjenige das praktiziert weil durch dieses wohlfühlen sorgt man eben für ja weniger innere anspannung weniger inneren druck weniger das bedürfnis dass das irgendwas dass man gegen irgendwas ankämpfen möchte oder sowas ja gegen diese sache sondern wenn jemand sagt okay yoga tut mir gut deswegen mache ich yoga oder mir tut funktionelle fitness war es in meinem fall gut deswegen mache ich etwas damit für mich um mich besser zu fühlen oder ich mache diese oder jenige übungen oder geht da ich gehe gerne spazieren oder mache was weiß ich was was machen viele meditiert habe ich sehr viel ja also was auch immer derjenige da für sich findet was du da für dich findest ja jetzt habe ich endlich mal in die kamera geguckt gucke immer auf meinen bildschirm es sollte dazu dienen etwas gutes für dich zu sein und nicht gegen irgendwelche symptome also nicht in diesem fall ja weil damit bringt man sich ja selbst wieder in eine gefahrensituation in eine anspannungssituation ja und deswegen nutzt diese werkzeuge nicht falsch indem er sie verwendet immer mit dem gedanken im hinterkopf ich muss das jetzt machen um meine der realisation loszuwerden das muss jetzt ich muss das jetzt machen ich muss das dagegen machen ich mache das jetzt gegen diese sache das das ich habe noch nicht erlebt dass das bei irgendjemandem funktioniert vor allem wenn man zum yoga geht oder autogenes training macht und man sitzt dann da und macht ich mache jetzt yoga und jetzt gucke ich extra noch höre noch in mich rein wie ich jetzt wie jetzt meine wahrnehmung ist und kontrolliere die ganze zeit meine wahrnehmung beim yoga und zu kontrollieren ob jetzt dieses yoga dagegen funktioniert das wird scheitern ja das ist glaube ich aber jedem selbstbewusst wenn man aber zum yoga geht und sich da wohlfühlt und vielleicht sogar so fokussiert ist auf diese übung wie es bei mir war damals dass man gar keine möglichkeit hat gerade sich diese gedanken zu machen und um solche symptome zu kümmern und man im grunde mit der übung beschäftigt ist oder später auch einfach die diese ausgeglichenheit genießen kann die man dadurch erreichen kann bei mir war es nicht unbedingt durch yoga diese ausgeglichenheit sondern durch andere dinge dann dann ist das quasi das ist der ansatz der für mich dann prima funktioniert hat ich war dadurch ausgeglichen habe mich besser gefühlt und dadurch war es im grunde für mein system gar nicht mehr notwendig solche symptome zu produzieren weil ich überhaupt nicht mehr in dieser fight or flight response drin war sondern in entspannungszustand in dem ich mich sicher gefühlt habe also diese maßnahmen sollten auch auf die richtige art und weise genutzt werden solange man im kopf hat ich mache das jetzt mit dem ziel dieses symptome loszuwerden wird es sehr schwierig das zu erreichen wenn ich sage ich mache das jetzt um mich ausgeglichen zu fühlen um mich besser zu fühlen weil mir diese übung gut tut weil mir diese sache gut tut dann kann das sinnvolles eine sinnvolle integration ins leben sein sozusagen und das führt dann indirekt wieder oder kann indirekt wieder zu anderen guten dingen führen ja aber solange man sich sagt ich mache das jetzt alles mit dem ziel diese sache loszuwerden schwierig ja und ich werde natürlich auch den zweiten teil der frage beantworten mit dem film und videos schauen also ich konnte filme und videos normal schauen damit hatte ich kein problem aber es war natürlich trotzdem entfremdet alles also ich saß auch während der der hier und habe filme geschaut und das tat mir auch sehr gut wenn ich zum beispiel ich bin durchaus ein freund von filmen ja und wenn ich filme geguckt habe mit denen ich mich gut gefühlt habe meistens horror filme ich bin so ein horror film typ dann dann ging es mir auch gut und dann war die dr auch kein thema in dem moment ja und was natürlich trotzdem war es war natürlich trotzdem entfremdet aber je mehr ich verstanden habe dass es wichtig ist diesen zustand anzunehmen und zu akzeptieren wie er ist desto weniger war das auch ein problem und desto weniger wurde das symptom natürlich auch im laufe der zeit ja ich saß jetzt nicht hier und habe die ganze zeit gedacht oh gott oh gott ich gucke den film aber irgendwie ist das total entfremdet oder sowas nö ich habe halt einfach den film geguckt und die entfremdung war halt da war halt war halt da ja und ich habe das manchmal in dem einen oder anderen livestream schon erwähnt es gab mal eine situation da saß ich mit einem freund am see und die sonne ging gerade unter und ich habe mich zurückgelehnt und habe einfach mal es hat einige monate gedauert bis ich das konnte ich habe mich einfach mal innerlich vollkommen überzeugt dazu entschieden mir jetzt einfach mich zurückzulehnen den sonnenuntergang anzugucken und das einfach mal zu genießen ich hatte schöne musik laufen wir haben gerade nicht viel geschnattert weil die atmosphäre gerade so toll war wir haben das einfach nur in dem moment gewesen mal im hier und jetzt nicht mit ängsten in der zukunft nicht mit wehmut in der vergangenheit sondern hier und jetzt und ich habe mich zurückgelehnt und einfach mal diese situation genossen und mich sogar darauf eingelassen die die dr ein bisschen zu genießen weil das alles so ein bisschen surreal erschienen ließ ja und das war für mich überhaupt nicht schlimm in dem moment und ich konnte wirklich instinkt merken wie dadurch das immer immer realer wurde in dem moment und nach 20 30 minuten ging es mir so gut dass ich kaum noch was von der ddr gespürt habe ich bin danach wieder voll reingerutscht ja auf dem heimweg dann in der nacht weil nachts mit dem fahrrad durch den wald fahren hier knackt's da knackt's natürlich voll in der gefahrensituation ja also gefühlt ja es hängt in mir drinnen evolutionär das sind funktionen die ich nicht abschalten kann aber ich konnte immer besser damit umgehen und dieser moment hat mir aber gezeigt was ein wichtiger ansatzpunkt ist was machbar ist wo vielleicht der der weg lang führen könnte ja was akzeptanz bedeutet weil in dem moment habe ich wirklich gemerkt dass ein massiver unterschied ist und darüber habe ich auch mal ein video gemacht dass ich euch gerne mal links oben da von mir aus gesehen bei euch ist es rechts oben glaube ich verlinke nämlich der unterschied zwischen ja ich akzeptiere mein symptom und natürlich habe ich mein symptom akzeptiert ja also es ist ein unterschied zwischen ich habe das akzeptiert und trotzdem ist es noch da und ja es ist da und ich habe es akzeptiert so und das war eine sache die habe ich in dem moment am sonnenuntergang wie im film gelernt ja so ich hoffe die frage ist zu seiner zufriedenheit beantwortet ich gucke mal ob ich mir zukünftig mal mehr einzelne fragen rauspicke und so darauf eingehe wenn die irgendwie so sich um bestimmtes thema drehen dann ist das eine ganz gute möglichkeit glaube ich die zu beantworten ein vrücklicherweise ENT-T Vielen Dank.